Guck mal, bei mir lief es so schlecht, ich hatte keine Würfel und keine Karten. Du hast aber auch nicht mitgespielt, Spoiler. Das ist ja noch nicht mein Charakter. Ja, das hat das Rüste noch nicht. Jo, herzlich willkommen zu Golf. Daniel, äh, nee, nee, äh, Alex, was war denn mit meiner Bewerbung dafür? Ich hab keine Reaktion, den ich mal zurückbekommen. Was für eine Bewerbung? Mhm. Ich hab, ich weiß nicht, wovon du redest. Pen and Paper. Achso, du warst ja der, was ich nicht zuordnen konnte. Ja, genau. Achso, ja. Ich konnte halt leider den Namen nicht erkennen, konnte es halt nicht zuordnen, wenn ich jetzt anschreiben muss. Naja, also... Den Namen hab ich leider nicht auf Discord gefunden. Naja, also eigentlich war das ziemlich klar und deutlich, was... Ich weiß nicht mehr genau, was ich geschrieben hab, aber ich glaube, es war doch schon zielführend, was auf mich geführt hätte. Ja. Alex, kann ich ja gerne mal sagen, äh, was da stand. Ich bin schon am Nachgucken, Moment. Okay. Ich hab nämlich das letzte erst gelesen, weil ich gesehen hab, dass ich das... ...fass schließen wollte und, äh, haben wir gesagt, ich lass doch offen, was auch nicht. Ach nee, ich hab's ja gelöscht, stimmt. Och Mann, Alex. Alex. Ja, es war halt nicht eindeutig zuordnen. Doch, natürlich, es war nur auf mich zuordnen, da. Ja, aber da stand nicht die Seppe. Ja, richtig, da stand nicht die Seppe. Ja, eben, dadurch wusste ich nicht mehr, wer es ist, wenn es nicht die Seppe war. Ja, sag doch ehrlich, du willst mich noch nicht dabei haben. Oh. Ich hab's nur keine Trollnachricht. Das war keine Trollnachricht, ich wollte dir mal ne Quest geben. Ich hab' ja gesagt, wir spielen mal ne neue Map. Ne neue Eis-Map. Nice. Hört ihr auch Eisphysics? Stark, bist du stark. Oh Mann, hat springen an, von der Map aus. Ich bin grad aus dem Loch rausgesprungen, cool. Cool, hole in one. Jetzt hab' ich übrigens auch ein hole in one gehabt. Warte, da vorne ist ein kleiner Hobbel, ne? Ja. Nee. Also nicht zu fest schlagen. Ich hab' nicht zu fest schlagen. Bist du nicht zu fest schlagen? Och Daniel, warum steht's? Daniel! Mann! Daraus hab' ich gehofft und gewartet. Ja, das glaub' ich dir. Ich glaube, der ist auch so gut in seiner Schlaglinie. Ah, Mann ey, jetzt bin ich auch mal letzter. Ich glaube, der kommt aber hier, ja. Ja, genau das hab' ich halt auch von dir grad erwartet. Warum haben wir das jetzt am Anfang schon? Warum haben wir sowas jetzt schon? Ach du Scheiße. Weiß' ich nicht. Und auf eis kann man ja immer so gut springen, ne? Nein! Eben! Haha, Daniel! Nein! Hier steht mir allesamt im Weg. Ne, jetzt nicht mehr. Nein! Mann, ich flieg' über den Baum wieder drüber. Ja! Mein Beileid. Ja, sagen wir jetzt mal schön, Punkte. Das seh' ich doch gern. Warum kommt der Gesunde in eine andere Woche ein Hamster? Du hast die auch nicht zurückgesetzt. Ne, mal. Ich lag' auch da, wo Hamster lag. Ich auch. Ne, ich nicht. Ich lag' da auch. Direkt drin. Das war jeder. Ja, ich bin da nicht mal hingekommen. Doch, bist du jetzt. Ach du Scheiße! Oh, ich bin zu weit geflogen, würde ich schätzen. Jo. Tito. Ich bin einfach weggeflogen. Was ist'n das? Wie geil. Hä? Wo bin ich jetzt denn geflogen? Was zur Hölle? Kann mich jemand anschubsen? Ah. Ja. Was soll denn das hier haben? Ich bin da, dass ich hier unten gelandet. Einfach um Hamster herum. Hey, Tim. Hi, Daniel. Ich lande wieder im Looping. Zweiter Versuch. Oh. Klappt nicht. Stimmt. Zu wenig Speed. Hi. Ist halt die Frage, ob das so klug ist, von hier aus zu schießen. Ich weiß nicht. Ich glaub' nämlich fast nicht. War auch zu stark? Irgendwann hat er eingeloggt, oder? Nee. Ach du. Oh, meine Güte. Ich glaub' ich hab' so geschafft. Und ich bin rüber gesprungen. Oh, ich bin auch gerade so rüber gesprungen. Auf'n Eis darfst du ein Stimperm übrigens. Doch. Ich durste dich heute nicht. Hi. Hatte wahrscheinlich keinen Bock auf dich. Nice. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Boah, du bist sogar eingeloggt. Yes. Nice. Ja, sonst hätte er den Map nicht geschafft. Alex, du meinst du, man darf auf'n Eis nicht stehen bleiben? Mhm. Also bin ich der Eckensloch. Ich kann das nicht schaffen. Impossible. Ja, ja, ich flieg' auch irgendwie die ganze Zeit zur Seite. Oh, ich kann aber weg springen von der Wand. Vielleicht klappt das? Nee. Ohhhh. Du fliegst raus. Oh, schade. Dann hab ich ja so geschlagen, dass ich nicht draus fliege. Also, extra so. Natürlich. Wie manipulativ dieser Typ ist. Hä? Warum manipulativ? Ich mach das offensichtlich. Das ist die Seppe. Also, die Seppe. Die Seppe. Die Seppe. Die ist grad auf ne voll coole Idee. Was denn? Wir könnten Golf spielen. Ja. Müssen aber dafür sorgen, dass ein anderer Spieler auf einem bestimmten Platz landet, der hier zufällig ermittelt wird. 30 Sekunden. Mhm. Das klingt interessant. Ich schreib das mal auf meine Golf-Spezial-Challenge. Ups. Drauf. Gerne gemacht, Alex. Gerne. Danke. Gerne. Nice. Immerhin bin ich mal umgelandet. So, jetzt kannst du dich auch ganz in Ruhe richten. Da wird sich das Bufo auch vorhin drüber. Also, die Karte war ja echt schrecklich. Ich bin einfach nicht durch die Loopinges gekommen. Wie war die jetzt? Sind du Red Hangar, die Seppe? Die... Ja. Also, ich hab schon Hunger bekommen. Wow. Okay, moin. Ja, na. Das war eine ernst gemeinte Frage. Das war auch ne ernst gemeinte Aussage. Also, ja, Red Hangar. Ja. Also, ich finde, so mit 5 oder 4 Personen ist man eindeutig zu wenig. Hm. Okay. Da muss man wirklich schon komplett vollsam... Boah, Junge, das kann doch nicht angehen. Komplett vollsam... Hier ist Spider in Holden. Ja, alle Charaktere müssen besetzt sein. Achso, ich mein... Achso, ich dachte, du meinst da anderes vollsam. Ja, das würde wahrscheinlich auch in Ordnung gehen. Weil ich mein, ist halt ne Riesen-Map. Äh, da muss man halt so viel machen. Und wir waren halt irgendwie 4, 5 Leute. Und da haben wir halt nicht so richtig viel gebacken bekommen. Okay. Wo müssen wir hin? Dahinten. Da vorne sind Löcher. Ja, jedenfalls nicht da lang, wo ich viel haben wollte scheinbar. Äh, ich geh durch das Denke. Oh, mein Weg war gut. Mein Weg ist nicht gut. Das ist nämlich das Start. Leute, man darf nicht auf dem Eis stehen bleiben. Das ist das Start, Leute. Oh, ich hab den verrechten Weg genommen. Oh, ich nehm noch. Ja, ja, nachdem ich einmal... Erstmal bis... Oh, mein Oh. In ein anderes Level beinah geflogen wäre, ne? Ich nehm noch. Bleib stehen. Nicht hier. Och. Hahaha. Das ist sehr gut. Hm. 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 Ja. Ach, nö. Oh, ja. Wo kommt man denn raus, wo man da reinfliegt? Sag ich dir. Am Start. Am Start. Hahaha. 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 Da schießt es ja eher freundlich, aber halt hin. Hahaha. 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 Ich dachte doch ein paar Punkte. Wie wärs denn damit? Äh, warte. Das hier... Das ist perfekt. Nee, 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 nee. Du gehst daneben. Ja. Hahaha. Ja, ich mein, wenn ich ja zu wenig Punkte, ist das ja keine Challenge mehr, ne? Ach, wenn du keine... Wenn du Challenge brauchst, ich hab noch nen Extremmodus vor. Hihihi. Äh, mal gucken. Äh, scheiße. zu stark ist nicht so gut nein 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 holz 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 hat wieder richtig lack gesoffen fragt mich nicht wie ich das geschafft wie viele klücks punkte muss dafür ausgeben ja 37 dann macht er auch gerade ja dann typisch nicht da ja ich hab das reingeschafft ich weiß ich bin letzt also darf ich das da der letzte tag immer den ersten trollen so war die regel nein daniel doch ja das geht ja eigentlich vorsichtig kann jetzt immer noch am besten von uns sein hey die sind gerne gehelfen was sie danke auch wenn du nicht so macht das fall zur seite geschützt damit ich habe gar nichts gemacht oder nichts gemacht aber richtig also habe ich gar nichts gar nichts gar nichts ich hab nichts gemacht fall in one and five fall in one and five ja alex wartet einfach dass alle seite ich hab grad geschrieben es tut mir leid ja geschrieben mhm ich schreibe mir die spezialmodische golf auf letztes hamster der beste also ist er sowieso aber der letzte darf den ersten rollen sind wir da ihr wollt noch einmal besuchen kommen ja hier wollen wir hin und ihr kommt einfach nicht in zentralen was ein scheiß ist ja frech ne wir haben nichts mit dem ich bin auch nicht in zentralen gekommen das machte sie im daniel ich hab das abgesehen wir stehen jetzt im krieg ne das ist ja schon klar nein ich hab das gar nicht auf dich abgesehen ich hab mich schon ans loch schlagen verziert deswegen hab ich ach verdammt gesagt weißt du wie viel wir schon dieses spiel gespielt haben die ausrede zieht bei mir nicht warte mal mhm ja alex warte ist noch springen an mhm nein ach alter wie asozial ups ich bringe es noch an ich bringe es schon die ganze zeit an wir müssen gar nicht erst machen dass ich geschlagen habe oder mhm da rechts dreht sich was da musst du hin dem du einfach geradeaus schlägst das ist das nächste daniel spoiler nicht also wo musst du hin da rechts dreht sich ein steinteller ja einfach da geradeaus und da rechts ist eine sprungschanze dann versuchen wir es einfach mal naja ich komm da irgendwie aber auch nicht hin hast du es regulär gemacht oder ne ich hab vom spawn aus äh direkt drauf zu ich wollte das gerade umspielen damit die anderen nicht drauf kommen du sagst es einfach mann ach so ne das hab ich aber auch nicht geschafft ich musste erst hinter die rampe durch und dann konnte ich da irgendwie rüber springen und mit dem doppelsprung bin ich da reingekommen da müssen wir ein das drehen das ding ja so viel gibts noch nicht was sie dreht ja aber das hab ich nicht gesehen ja ok dann hätte ich tatsächlich ehrlich sein können ja ich brauche noch ein paar minütchen ne kein stress die bau sind viele minuten vorbeigegangen oh guck mal zwei schläge ich bin letzter na ich war eben noch bester ne ach 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 nö alter die cheaty auch was heißt die cheaty nur wenn man das machen kann ja wow die cheaty indem man in ein anderes loch geht was heißt das cheaty ach ich weiß was im nächsten normalen loch das ich krieg's nicht hin ich probier's noch oh mein gott wie soll man das denn schaffen mit timing habs das jetzt auch so ich bin übrigens fertig mit schreiben ich pass jetzt wieder auf hab ich auch das andere loch genommen ich hab keine ahnung wie das mit dem baumstamm funktionieren soll also keine ahnung du musst nur langsam da runter ja einfach ja mann habt ihr Lust auf etwas besonderes was ist denn besonders ne besondere golf map in die fern besonders ähm cyberpunk was ja die mit 36 löchern oh gott alter der sitzt so rotzig hier naja sagen wir noch mal ruhig ein paar punkte alles gut ja tue ich eh also weiter in schnuss ist doch es geht aus ich würde sehr schön finden wenn ich auch das war eng also die scheiß bombstammte ganz sanft natürlich nur durch die luft fliegen Ja, ja. Aber man sieht's ja. Oh, guck mal, das sieht gut aus. Das ist aber immer her. Das ist nur noch ein kleiner Ramp. Dafür gibt es 17 Punkte. Dafür gibt es 17 Punkte. Na 16. Also. Zur Belohnung gibt es 16 Punkte. What the fuck? Ich weiß nicht. All in Bonn? Okay. Oh. Ich schaff das nicht. Er fand das große Fosklar. Ich kann nicht so stark schlagen. Da gibt es auch einen Checkpoint davor. Für Noobs die wie mich. Na, auch wie mich, ne? Schau, schau. Oh, was, wir haben ihn zwei geschafft. Ja, ich bin jetzt mal komplett der Urwein weggeflogen. Ja, ich auch dreimal. Du hast nur vier Schläge. Ne, ich bin einfach drin liegen geblieben. Nice. Doch, nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Welchen Weg werden wir wohl gehen? Das wird dann nach eh ein bisschen lustig. Ach, du Scheiße. Ich bin auf der anderen Map gehüpft. Ich bin gegen die Klanze geflogen. Ich bin gegen die andere Map gehüpft und wieder zurück. Oh, nein. Oh, nein. Was passiert hier? Ach, du Scheiße. Wie kommt man denn da ins Ziel? Nein. Gibt es irgendein anderes Ziel, was man nehmen kann? Warum? Man braucht nur direkt vom Ziel reinschießen. Ja, mach mal. Hab ich. Ich weiß, dass du... Du Kacke, ist das Loch auch wesentlich da drin? Die Blume ist real. Wie bist du den abgeschobst? Die Blume. Die Blume da ist real da, ne? Oh, diese Blume, die ich meine, nennt sich... Real... Geht auch. Nicht geht nicht, ne? Na, das ist ja bewischert bei dir aus. Ja, nö. Hab keinen Bock. Voll aufs Brett. Oh, was? Hat gar keinen Bock. Das sieht fast aus, als wäre es so gewollt. Na, irgendwie schon, ne? Warte, was? Wird echt gar nichts machen. Rechts der Speedboost schleudert einen, wenn man am Brett vorbeikommt, auf einem Baumstamm, der einen in die Luft schleudert. Vielleicht, wenn man genug Speed aufbauen kann, und das jetzt... Hast du jetzt voll gegen den Spekt schlagen? Ja. Oh? Das wäre schön gewesen, aber leider ist es... Das wäre wirklich schön gewesen. Ich hätte es dir gegönnt. Ich mir auch, ja. Ich dir nicht. Die Pflanze ist voll real. Wenn sie den Simpel... Sammel ruhig ein paar Punkte machen, Kaffeekranz nebenbei. Und spiel noch kurz an, die perfekte Minute. Dann solltest du vielleicht einfach von einer neuen Position erstmal annehmen und von da weiter versuchen. Ne, 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 lass ihn halt versuchen. Ne, 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 ne. Er schafft das schon. Auch wenn das viel zu wenig Speed ist, dass du da hochkommst. Er schafft das schon. Ich sage nicht viel zu wenig Speed. Ich habe es von da auch geschafft. Du schlägst gerne gegen Hölzer, ne? Ja. Ich habe mein Holz, Junge. Aber jetzt schaffst du es wenigstens. Na, weiß ich auch nicht. Ich habe mein Holz. Ich habe mein Holz. Halt die, halt die, halt die. Ja, die ist ja geschafft, ne? Ja, jetzt aber, jetzt. Ein kurzer Moment noch. Ich bin sofort dabei. Du schlägst wieder da. Warte. Warte. So langsam wird es mit der Zettel ab, ne? Das war zu doll. Noch zwei Schläge und zu tun. Gar kein Stress. Alles gut, jetzt bin ich drin. Ich hätte es so gelacht, wenn du das nicht geschafft hättest. Ich hätte es so gelacht, wenn du das nicht geschafft hättest. Ich hätte es so gelacht, wenn du das nicht geschafft hättest. Ich bin der Einzige, was das Paar geworfen hat. Du? Ich glaube, das Ziel ist, dass die Zielscheibe da ist. Nein. Ich habe sie nicht getroffen. Alter, ist das also richtig. Oh, jetzt ist es so resetet worden. Ja, wenn du draußen landest, landest du instant neu. Ah, hi. Hi, dich bei uns. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich habe das Ziel gefunden. Alter, der ist ja der Lampen. Und es trägt meinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Das kann niemand erlauben. Was ist das, Daniel? Was willst du hier den Weg zu gehen? Da rein, ins Schwarze. Ins Schwarze. Das Runde muss ins Runde. Alles auf Schwarz. Ja, wir wollen das Spiel, können wir dann später auch noch spielen. Was? All on Black. Rien never plus. Rien never plus? Rien never plus. Nichts geht mehr. Ist das französisch? Ja. Latein? Französisch, okay. Französisch. Red never plus, okay. Das ist die einzige Phrase aus Französisch, die Sinn macht. Die einzige französische Phrase, die Sinn macht. Richtig. Weil das benutzt du nämlich bei Pokern. Oder bei Roulette, so glaube ich. Weil nichts geht mehr. Ah, okay. Oh nein, so ein Wickelwackelbrett. Was einfach komplett random ist. Wickelwackel. Wickelwackel. Wickelwickelwickelwickel. Danke, dass mich irgendwie auch gerade runtergeschossen hat. Bitte. Ich war es schon nicht, aber bitte. Es war irgendwie verdächtig orange. Ich bin der weiße Kugel, der hat beißt. Ich weiß. Nein. Ich weiß trotzdem nicht, weil ich bin rot. Ich dachte auch erstmal kurz nicht mehr. Ich kenne Farbe, ich habe ein Auge. Blüht mir leid, ich bin ja auch gut, als wenigstens in Zentrum bin. Außerdem stehst du dann super. Ich war schon der Wind. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Ich habe gefühlt schon 18 gespielt, um 18 Die Statement hat inzwischen kein Bock mehr rüberzukommen, ne? Ne, ich glaube aber Ich sehe schon ein, dass ich es verloren habe Ey, ich hasse diese wirklich wackel Dinger Versuch es einfach nochmal Du kannst doch springen, warum nutzt du das Springen nicht? Keine Ahnung, wie viele? 7 Alter, dieses Kackding, ne? Ich glaube, wir sollen ins Fass rennen Ne, das glaube ich nicht Doch? Ne Dein Ernst War zu schwer Ich hätte nicht mal springen müssen, ne? Aber ich habe zu... Oh, haben sie dann diese Bestatten sich? Nein Daniel schafft es Vielleicht? Könnte eng werden, aber ich glaube, es reicht, oder? Ohne das Fass schiebt ich jetzt weg Okay Ich bin noch ein bisschen gesprungen, oder? Mich hat das Fass so weggeschrungen, dass ich nach oben geflogen bin Oh Oh Jetzt hat mir mein Holland 1 viel gebracht Ah, hätte ich mir bekenne ich Nicht auch Hey, wo, 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 müssen wir denn hin? Ähm, rechts Auf die andere Seite Okay, springen, drüber springen geht nicht Doch, du Scheiße In das Loch Das machst du sehr gut Ja, wie du siehst, klappt es schon, ne? Ja, sogar mit Pao Ja, und wir alle eins mehr, wow Ja Drum hat er auch gewartet Richtig Das war zu weit Weil ich wusste, was zu tun ist Weil ich wusste, was zu tun ist Danke Danke Bitte Das hat mir nichts gebracht Alter, der Seppel Alter, der Seppel Als ging schreien Nö, nö? So schreien Nein, ich uhin, schreien zurück Doch, doch Mach mal Daniel, du sollst zum Ziel hin Nichts vom Ziel weg Ach sooo Jetzt verstehe ich das Konzeptziel auch Ja, genau Sehr gut, Daniel Du lernst schnell Es geht auch darum, Punkte zu sammeln, oder nicht? Nein, 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 wir sind nicht bei meinen Minecraft-Maps. Holmon. Ach du Scheiße. Nein, das ist die, das macht wohl schon Absturz zum Beispiel. Es ist einfach das Finale. Jetzt ist es das Finale. Und Zeppe, komm schon, nein, 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 wieso denn? Warum holt ihr Zeppe? Ich schau auch am Start zu. Ich nicht. Los, Zeppe. Feuerball. Feuerball, Junge. Echt, ja. Ja, guck mal, so viele Punkte kann ich gar nicht mehr sammeln, um noch einen Platz zu hochzukommen. Doch. Du hast 16 übrig, wenn ich rechnen kann, dann wärst du noch Winterhamster. Jaaaa... Bist du denn, du hast sogar 18 übrig. So, ich hab kein Wesen mehr auf euch. Was ist das? 1,1,2. 1,1,2. 1,0,1. Ah. Das ist ein Hilferuf, den ich hier abgesetzt habe. Das ist ein Hilferuf, den ich hier abgesetzt habe. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dieses Klingo oder wie das heißt. Klingo. Das war's mit der zweiten Folge von Golfit. Leute, wenn's Spaß gemacht habt, schreibt mir nochmal da, lasst ein Like da und schaltet das nächste Mal ein, wenn's wieder ist. Golfit mit die SemproOdi und AlexTV. O.... Aufereite ...